Hallo, hier ist Thomas Hermanns vom Quatsch Comedy Club und es ist soweit, der Quatsch Comedy Club kommt ins Werksviertel. Es ist wahr, wir sind hier ab Januar, 17. es geht los, kommt vorbei, super! Der Quatsch Comedy Club und das Werksviertel passen so gut zusammen, weil das Werksviertel ein ganz internationales Konzept ist, mit nationalen Wurzeln, natürlich lokalen Wurzeln, aber man fühlt sich hier zwischen München und Brooklyn und das passt gut zur Stand-Up Comedy, das passt gut zu uns, deshalb sind wir gerne hier.